Sind Sie noch nicht bekannt? Noch nicht. Helga, das ist mein Freund Erich. Freut mich sehr. Sind Sie noch nicht bekannt? Noch nicht. Helga, das ist mein Freund Erich. Freut mich sehr. Sind Sie noch nicht bekannt? Noch nicht. Helga, das ist mein Freund Erich. Freut mich sehr. Freut mich sehr.